Was macht ihr denn da? Wir finden keinen Unterschlupf für den Winter. Ich friere. Kannst du uns helfen? Ich helfe euch. Wir müssen dem Igel helfen. Lass uns die anderen rufen. Ich hole das Horn. Okay. Ah, da kommen sie ja! Was können wir machen? Ich brauche was. Was brauchen die dafür? Ich habe eine Idee. Wir bauen einen Laubhaufen. Und stehen die drauf. Ausatmen. Musik Musik Und jetzt bauen wir eine Mauer für die Eidechse Ja, okay, wir fangen gleich an Musik 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 Hier kannst du dich geborgen fühlen Musik Musik Komm, wir bauen Musik 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 Schau, hier kannst du wohnen Musik 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 Für den Ohrwurm weiß ich, was wir machen Komm, wir setzen uns hier hin Ja, hier ist ein guter Platz zum Watzeln Wir packen erst voll aus Und dann? Dann gehen wir Gras pflücken Ja Vorsichtig Oh So, und jetzt gehen wir erstmal Gras pflücken Hopp Hast du? So, einen hab ich Ja Oh nein Oh nein So, du kannst jetzt hier das Stroh reinmachen Also das Gras, wie gesagt Ja Hä? So, hier kannst du noch ein bisschen was rein klauen Und jetzt gehen wir mal rein So, ich habe das mit. Ich habe das mit. Ja, ich habe das mit. Ja, ich habe das mit. Oh, das ist ein bisschen. Ich habe das mit. Ja, ich habe das mit. Musik Musik Das ist aber eigentlich kein gutes Haus Ja, da können die Kerne nass werden und da schimmeln die Und die Vögel könnten krank werden Brauchen wir auf jeden Fall mal Guck mal, in dem Haus sind die Kerne vor Feuchtigkeit geschützt Wo können wir es denn aufhängen? Da oben ist ein schöner Ast Ja Das sieht schön aus Ja Ja Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020